Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video aus der Welt der künstlichen Intelligenz, ja aus der Welt der Large Language Modelle. Und heute möchte ich mit euch mal ein neues Modell, also relativ neues Modell testen und zwar Mistral. Also Mistral AI ist ja, oder Mistral selber, ist ja ein Modell, was vor kurzem veröffentlicht wurde. Und das können wir auch kostenlos testen und zwar über Hugging Face Hub, weil das Ganze auch einen Inference Endpoint hat. Das heißt, wir können letztendlich einen API Call da hinschicken und können dann die Ergebnisse hier zurückbekommen. Und das Ganze werden wir natürlich in vereinfachter Form machen, indem wir einfach das Longchain Package benutzen. Also, lasst uns mal anfangen und mal schauen, wie die Ergebnisse so sind. Bevor wir allerdings starten, noch ein kurzer Hinweis. Wenn euch solche Videos gefallen und weiterhelfen und ihr es noch nicht getan habt, dann freue ich mich, wenn ihr den Kanal entsprechend abonniert und möglicherweise auch mit euren Freunden, Kollegen, dem auch immer teilt. Vielen Dank dafür. Dafür brauche ich zunächst mal ein paar Bibliotheken. Also erstmal das OS-Modul, also Import OS und dann auch from.env, import, load.env. Also einfach, um meine Umgebungsvariable entsprechend mein Hugging Face Token entsprechend zu laden. Der Hinweis, ihr könnt euch bei Hugging Face kostenlos registrieren. Also alles, was ich hier zeige, ist komplett kostenlos. Das heißt, man muss da jetzt nicht extra wie für beispielsweise ChatGPT oder so Geld bezahlen. So, jetzt entsprechend bauen wir noch Chainlit, also für unser Web Frontend Import Chainlit S und dann CL. Einfach, um das Ganze mal ein bisschen schöner darzustellen. Ja, weil das Ergebnis sonst hätten wir halt hier in der Kommandozeile. Natürlich kann man es da auch darstellen, aber ich hätte es ganz gerne irgendwie im Browser, dass das noch entsprechend schön eben dargestellt wird. So, dafür verwende ich Chainlit. Und dann entsprechend können wir jetzt eben noch, können wir direkt eigentlich load.env hier schon laden. Wobei wir vielleicht einfach noch davor unsere anderen Bibliotheken importieren. Also haben wir einfach eben from, in dem Fall Lungchain, Lungchain.llms import und jetzt eben das Hugging Face Hub. Ja, so, das ist das. So, das hier brauchen wir. Und dann brauchen wir noch eine Chain, also from Lungchain, Lungchain, Chain. So, dort Chains import, Chains import. Wir werden die einfachste Chain verwenden, das ist eben die LLM Chain. Ja, also das ist die einfachste Chain und alles, was diese Chain braucht an sich, ist einfach nur im Wesentlichen das LLM und dann halt einen Prompt, den man mitgeben kann. Und sprich, der Prompt, also from Lungchain, Lungchain, Chain.prompts, werden wir das Prompt Template importieren. Das hier. So, jetzt laden wir unsere Umgebungsvariable mit load.env. Und jetzt können wir das Ganze auch speichern, zum Beispiel mit meinem HFT, also mit meinem Hacking Face Token, gleich OS.get.env, also get.env. Und die heißt halt bei mir Hacking Face Token. Also wenn ihr die anders definiert, müsst ihr natürlich auch in einem anderen Namen das Ganze laden. So, jetzt haben wir hier halt mein Token definiert und jetzt brauche ich halt noch eine Repo-ID, also die Repository-ID von Hacking Face. Und die ist jetzt bei mir entsprechend Mistral. Ich habe schon nachgeschaut, deswegen kann ich es mir hier direkt verwenden. Und zwar, ich nehme das einfach das Instruct-Modell. So, das ist eben nochmal speziell instruiert. Und das sollte eventuell auch noch ein paar bessere Ergebnisse liefern. Also, das ist es entsprechend hier, diese Repo. Und jetzt quasi kann man uns das Ganze eben laden. Nennen wir es einfach Mistral, ist gleich. Also ist gleich und jetzt eben Hacking Face Hub. So, und jetzt brauchen wir ein paar Sachen. Zum einen unsere Repo-ID, die entsprechend gleich der Repo-ID ist. Das ist soweit richtig. Dann brauchen wir unseren Token, also Hacking Face und dann API, also API, Token. Und das ist eben HFT, das stimmt soweit. Und zum Schluss können wir noch unsere Keyword-Argumente mitgeben. Also in dem Fall Model Quarks gibt es da. Und das ist einfach nur eine, in dem Fall Temperatur und eben die Anzahl der Token, die wir generieren wollen. Also, Temperatur ist nur ein Parameter, den wir entsprechend verändern können. Der ist eigentlich schon so hoch, ich nehme mal eher etwas von 0.1 oder sowas. Der eben dafür, der letztendlich aussagt, wie, ja, wie, welche Antworten würden wir erwarten. Also, wenn wir den Wert sehr niedrig setzen, also irgendwas zwischen 0 und 0,1, so etwas, dann bekommen wir relativ, ja, Standardantworten. Also Antworten, die wir auch erwarten würden. Ja, wenn wir den Wert sehr hochsetzen, also nahezu 1 beispielsweise, dann wäre das Modell auch ein bisschen dazu geneigt, einfach ein bisschen kuriosere Antworten zu liefern. Sagen wir es mal so, ja, etwas vielleicht eher Unerwartetes. Da kann man ein bisschen mit der Temperatur rumspielen und eben ausprobieren, was für einen funktioniert. Und dann eben die Anzahl der Tokens, das ist eben wie viele, ja, ich will nicht sagen Wörter, weil das stimmt nicht ganz. Also ein Token ist nicht genau ein Wort, aber halt, das ist letztendlich die Länge, die wir maximal zurückbekommen wollen an Zeichen, ja. Also ein Token, man kann überschlagen, dass das ein Wort ist, aber es ist eigentlich nicht genau ein Wort, ne, das ist nur ein Hinweis. Wenn ihr entsprechend also längere Antworten haben wollt, müsst ihr halt den Wert hier höher setzen, wobei man dann aufpassen muss, ne, weil wir verwenden hier gerade diese kostenlose API, also in Hugging Face Hub, und da ist es halt auch immer so, je nachdem wie viel Traffic da gerade drauf ist, natürlich, dass entsprechend dann das auch mal vielleicht etwas länger braucht oder auch mal abstürzen kann, ja, einfach weil eben nicht genug Ressourcen zur Verfügung stehen. So, jetzt haben wir das, also definiert, und jetzt noch die Klammer schließen, die fehlt hier gerade noch, würde ich sagen, so, und das wird passen, okay. Spüren wir ab, so haben wir das, und jetzt eben noch unser Prompt, also Prompt, und Prompt ist einfach nur jetzt unser Prompt-Template, das haben wir schon vorgeschlagen hier, und das ist jetzt halt das Template mit einer Question, also mit einer Frage, können auch hier Frage anschreiben, ehrlich gesagt, und die Input-Variablen hier sind eben auch die Frage, also Frage, Frage, T, nein, die Frage, no. Jetzt haben wir das, und haben unser Prompt-Template definiert, wir haben unser Modell definiert hier, und jetzt brauchen wir halt noch entsprechend unsere Long-Chain, also unser Web-Front-End, und das können wir hier wirklich, das ist echt super gelöst in Long-Chain, wir können einfach mit einem Decorator in Python, also über addcl.longchain-factory, also Asynchron ist false, also vom Call her, das ist nämlich nicht asynchron, das ist ein Standard-Crawl, und dann können wir einfach unsere Funktion schreiben, also dev entsprechend, hier factory, und jetzt haben wir hier einfach unsere Mistral-Chain, also hier ist unsere LLM-Chain, also mit dem Prompt entsprechend, mit dem LLM, und verbose gleich true, das bedeutet einfach nur, dass wir in der Kommandozeile würden wir noch zusätzlich das Ganze ein bisschen besser loggen können, weil wir halt mehr Informationen zurückbekommen, und dann geben wir einfach das Ergebnis zurück, und durch diesen Decorator hier, bekommen wir jetzt das Ganze in einem schönen Web-Frontend zurückgegeben, das heißt, wir können das in unserem Browser entsprechend auch aufrufen, und eben dann unsere Frage schnell. So, das heißt, ich speichere das jetzt mal ab, so, und damit sind wir eigentlich auch schon fertig, also wir haben die Bibliotheken importiert, die wir brauchen, wir haben unseren Token hier geladen, wir haben dann unser Modell hier entsprechend definiert, wir haben unseren Prompt definiert, und dann eben noch ein schönes Web-Frontend, wo wir in der Chain unseren Prompt und unser Modell zusammenbringen, und einfach das Ergebnis dann zurückgeben, das ist auch schon. Und jetzt führen wir das mal aus, also indem ich einfach jetzt sage, in dem Fall Chainlit, also aufpassen, jetzt nicht Python, sondern in dem Fall Chainlit, und dann Run, so ähnlich wie Streamlit ist das eigentlich, und dann einfach hier unser Name, der bei mir halt jetzt Hub.py heißt. So, dann führe ich das aus, und jetzt warten wir kurz, bekomme ich hier ein paar Hinweise, also in dem Fall Warnungen, dass irgendwas bald nicht mehr funktionieren würde, und jetzt sehe ich hier mal ganz kurz, ich habe ein extra Feld, Hacking Face, ich habe irgendwas falsch geschrieben, aber wahrscheinlich, Hacking Face API Token, Hacking Face Hub muss das natürlich heißen, also muss man kurz hier reingehen, und hier ein Hub reinschreiben, also, Hub, so, okay, nein, so, Hacking Face, Hacking Face Hub API Token, so, das, also das hier raus, so, und hier muss es rein, also Hub, Hacking Face, Hub API Token, jetzt soll es passen, gucken wir es nochmal, so, und schauen wir nochmal nach, so, jetzt nochmal laufen lassen, das Ganze, und dann warten wir kurz, wir kommen hier wieder ein paar User Mornings, aber das ist soweit okay, und jetzt unser Local Host, also, da ist es auch schon, und so sieht das Ganze jetzt aus, also, das ist unser Web Frontend, einfach eine Seite, wo wir entsprechend hier unseren Prompt eingeben können, oder auch einen neuen, neuen Chat hier starten können, und das hier ist nur so ein Boiler Plate Text, den kann man auch rausnehmen, ja, den kann man, der ist in einem externen Dokument, was erzeugt wird, von Langchain, äh, von Chainlet, Entschuldigung, definiert, und den könnt ihr entsprechend ändern, ja, da kann man irgendwas hinschreiben, hier, das Modell heißt so und so, es plant eine Frage, einfach unten in den Text eingeben, oder sowas, und jetzt einfach mal das Ganze ausprobieren, also, zunächst mal auf Englisch, um mal zu schauen, ob das auf Englisch geht, und dann auf Deutsch natürlich auch, also, erst mal auf Englisch, ich persönlich bin ja ein großer Anime-Fan, also frage ich einfach mal, in dem Fall, list three great Animes. So, und dann sehen wir auch schon, jetzt haben wir hier ein Ergebnis zurückgekommen, hier, that you've watched, da führt da eigentlich noch den, nur den Satz aus, ähm, also, zu Ende, und dann gibt er uns eben hier Dragon Ball Set, Naruto und One Piece, ja, problematisch, das habt ihr alles schon gesehen, aber ihr seht auf jeden Fall, das funktioniert hier, so weit, so gut. Und jetzt probiere ich das Ganze mal auf Deutsch aus, also, einfach, nenne mir drei tolle Animes, ja, Animes, so was zum Beispiel. Ich führ's mal aus, und jetzt warten wir mal kurz, die Chain läuft jetzt entsprechend, ja, sendet das Ganze jetzt an Hanging Face, an das Hub, und dort modelliert, äh, modelliert das Modell jetzt entsprechend, oder generiert die Wörter, und jetzt haben wir hier schon das Ganze auch in Deutsch. Also ihr seht, äh, die ich sehen wollte, er vervollständigt immer den Satz hier, aber er gibt uns auf jeden Fall auch eine Antwort. Ja, also, hier, ich sehe dir drei Animes vor, ich sehe dir, interessanter Satz, also, es passt noch nicht ganz hier, wie ihr seht, ich sehe dir drei Animes vor, die ich für dich empfehle, aber ihr seht, ich bekomme was zurück. Also, One Piece, ein klassischer Anime mit einem großen Fanbase, und so weiter, Attack on Titans, okay, und Death Note. Also, drei andere auf jeden Fall, empfehle ich dazu, äh, bis auf One Piece, aber, ja, auf jeden Fall kann ich ja ganz klar sehen, dass es, das hier passt soweit, ja, also, er hat unsere Frage beantwortet, und das hier auch noch entsprechend mit einer kleinen, ähm, zusätzlichen Informationen über die Anime selber, und das ist ja auch ganz guter Text, oder? Also, ein Anime mit einer sehr interessanten Geschichte und großen philosophischen Themen, die Charakter sind auch sehr gut entwickelt. Also, ihr seht, das ist wirklich ein ganz normaler deutscher Satz, ja, wie man ihn sagen könnte. Und, ja, super, auf jeden Fall. Also, das nochmal als Beispiel, wie wir mit, äh, in dem Fall Chainlit, mit Longchain, und eben mit diesem neuen Modell, also Mistral, beispielsweise hier, das Ganze kostenlos aufrufen können, und eben dann auch hier entsprechend unsere Fragen stellen können. Und das Ganze, wie gesagt, jetzt hier ohne OpenAI, also ohne ChatGPT, sondern mit einem OpenSource-Modell, und es ist schon wirklich beeindruckend, muss ich zumindest sagen, ja, was, äh, die OpenSource-Community da so auf die Beine stellt, ähm, und das Ganze auch noch kostenlos teilweise anbietet. Also, das ist wirklich ganz toll. Also, Kudos an alle Leute, die da mitarbeiten. Ja, und ansonsten, vielen Dank fürs Anschauen. Also, ich hoffe, es war interessant, und ihr habt was Neues gelernt. Wenn ihr wollt, probiert doch das Ganze selbst mal aus. Vielleicht könnt ihr auch ein anderes Modell ausprobieren. Also, ich habe auch C4, beispielsweise, wenn ihr das kennt, schon mal ausprobiert. Ähm, ähm, hatte ich jetzt in dem Beispiel nicht so gute Ergebnisse bekommen, aber, ähm, möglicherweise bekommt ihr ja bessere Ergebnisse. Ja? Gut, wenn ihr mehr zu den Themen sehen wollt, sagt mir Bescheid. Wie immer gilt der Satz, ähm, alles, was ihr in den Kommentaren schreibt, das hilft mir weiter. Ähm, Daumen nach oben, freut mich natürlich auch sehr. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch bitte den Kanal. Vielen Dank dafür, und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.